Hallo! Fertig. Ah ok. Sehr gut. Ah. Ich denk, ach das ist ne Parallelmap, guck mal. Hiiii. Ja wir können durch. Oh. Was passiert hier mal da? Was passiert hier? Ich weiß nicht, hast du auch nen Knopf? Ja ich hab mal, ne ich hab so ne Druckplatte. Warte ich hab da auch ne Druckplatte. Was passiert denn hier, wenn ich hier überhaupt draufstehe? Weiß es nicht, aber hier ist noch ein Knopf. Ach ich glaub ich weiß es. Ich versteh es grad nicht. Warte ich probier mal raus. Also wir brauchen ein Viereck erstmal. Viereck ist glaube ich ganz wichtig. Ja? Guck mal. Hä? Kommst du da nicht rein? Bist du ausgesperrt? Ich hab grad das ist ne Parallelmap. Jaja. Warte. Ich kann ja Portale setzen. Oh, wo bin ich grad? Jetzt bin ich verwirrt. Da bist du. Hallo. Hallo. Du musst den Knopf aktivieren. Kann ich nicht. Du kommst da nicht rüber? Nein. Hast du auf deiner Seite nirgends ne Portalfläche? Nö. Merkwürdig. Merkwürdig. Warte. Ich schau mal. Jetzt bin ich grad verwirrt. Ich hab gedacht ich würd's verstehen, aber jetzt nicht mehr. Ich kann auf den Knopf. Öffnet der hier was? Ich kann hier irgendwas aktivieren. Da. Okay. Was macht der Knopf? Was passiert denn hier? Ich weiß nicht. Irgendwie müssen wir den Knopf da. Guck mal. Da liegt ein Cube. Den müssen wir fallen lassen. Und dafür müssen wir vier Sachen gleichzeitig aktivieren. Ja. Ist das eine davon? Guck mal. Ja. Das ist eins davon. Das brauchen wir auf jeden Fall. Eins ist der Knopf und eins ist der Knopf hier. Ja. Das ist doch ganz simpel. Guck mal. Dann hab ich drei aktiviert. Dann mach ich dir ein Portal nach hier. Dann drückst du beide Knöpfe. Da ist es besser. Ja. Das hab ich schon gemacht. Warte. Guck. Das hab ich schon vorhin gemacht. Da hab ich beide Knöpfe gedrückt. Ach. Und den oberen Knopf musst du auch noch? Ich weiß es nicht. Doch. Guck mal. Hier oben ist noch ein Knopf. Ja. Wie komm ich da ran? Achso. Guck mal. Geh mal hoch. Mein Portal. Dann hüpfst du da rüber. Okay. Dann starte ich hier. Spring da runter. Drück den Knopf. Und geh dann weiter. Warte. So. So. Oh. Hab ich nicht erwischt. Wie soll denn das gehen? Der Countdown. Ja. Ich war zu langsam. Warte. Nochmal. Du bleibst einfach auf dem Knopf stehen. Ich hab den schwierigen Part. Oh ne. Der bleibt gedrückt. Was hat der gemacht? Das ist was anderes. Warte. Hier. Ach hier. Guck mal. Ich hab so ein Ding ins. Cool. Wie ein Laser. Ach den. Würfel. Wie bin ich hier reingekommen? Frag ich mich gerade. Hä? Ach dadurch. Ach ja. Warte. Den kannst du ja auf den Knopf in der Theorie legen. Oder? Ja. Das bringt mir ja nichts. Weil ich kann ja nichts anderes machen. Warte. Ich hab einen neuen Weg. Hier ist so ein Laser Ding. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Stell dich mal auf den Knopf. Hast du. Nein. Warte mal. Wie aktiviert man denn hier den Laser? Ach der Laser wird hinten durch die. Durch den Würfel. Ah ok. Genau. Dafür müssen wir erstmal das Würfel Ding machen. Aber leg den mal auf den Knopf hinten. Grad brauchen wir den ja nicht. Ich hab ne neue Route Ursaft. Ach ich kann aber meine Portale für dich ansonsten umsetzen. Hier ist nämlich auch ein Knopf. Und der aktiviert das. Hier musste einer ganze Zeit drauf stehen in der Theorie. Ja gut. Hm. Du hast echt nichts bei dir was du aktivieren könntest? Ne. Null. Guck mal wie kurz das aktiviert ist. Wie soll ich das schaffen? Jetzt frag ich mich grad auch. Und frag gleich wie man hinten den Würfel. Eigentlich müsste ich irgendwie den Würfel zu dir rüber schicken. Aber das geht halt nicht ne? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Was kann ich hier? Hm. Das heißt. Du musst wirklich die. Du musst die Knöpfe aktivieren. Die beiden Knöpfe. Und dann noch da hinten durch rennen auf den Knopf. Ja. Ja. Also die kann ich in Zeit aktivieren. Beiden. Die beiden warten. Warte schau mal ob die gleichzeitig aktiviert sind. Ja. Ja genau. Und dann muss ich noch da hinten drauf. Du musst nur da oben hin. Warte mal hast du oben. Kannst du oben deine Portale hinsetzen. Für da oben. Ja können nicht. Aber ich kann die ja auch hier verwenden. Ja für da. Nein nein. Dann benutze ich meine Portale für hier unten. Weil ich ja da nicht durch. Ja. Aber guck mal. Rein zeitlich würde es überhaupt nicht gehen. Nein. Wie kommst du denn auf den Knopf da hinten? Indem ich erst da hoch springe. Und dann runter. Ah ne. Warte. Doch. Ne. Warte. Schick mich hoch. Also mach mal deine Portale da und da. Äh. So. Ich hab nämlich grad gesehen. Da seitlich ist noch ne Fläche. Da kann ich dann einfach drauf laufen. So. Okay. Dann mach ich das da hin. Du machst dein Portal da. Und da. So. Dann geh ich nämlich hier los. Hier rüber. Drück da den Knopf. Und. Hä. Wo bin ich? Du hast oben nichts. Ach nein. Ich hab mein. Warte. Du musst mich nochmal hoch schicken. Schick mich nochmal hoch. Ich hab das falsche Portal anscheinend gesetzt. So. Also hier rein. Ich darf keine Portale mehr umsetzen. Nur das. Das da. Das muss ich da hinsetzen. So. Okay. Und jetzt nochmal da und da. Genau. Zack. Zack. Hab ich's geschafft? Ne. War ich zu langsam? Zu langsam. Geh nochmal durch. Warte. Ich guck mal was. Was. Woran hakt. Hier. Hast dein Portal weggemacht. Ah ne hast du nicht. Hä? An dem einen an Knopf. Ich glaub der erste Knopf geht länger als der zweite. Oder? Geh nochmal. Drück mal. Drück mal den. Den hier. Okay. Und den anderen. Jetzt drück mal den anderen. Dann drück zuerst. Zuerst den drücken. Dann den. hin. Und danach da. Habs geschafft. Oh. Okay. Und jetzt ist der Laser an. Gut. Und jetzt kann ich dir den Laser. Muss ich das so machen. Ne? Kannste es auch direkt durchs Gitter durch. Genau. Genau. Und jetzt muss der Laser wohin? Hier drüber. Hab ich schon gemacht. Achso. Sollte aktiviert sein. Ja. Ist aktiviert. Jetzt ist X aktiviert. Jetzt ist da was offen. Ach bei mir ist was offen. Hier. Guck mal bei dir auch. Hier. Oh jetzt kannst du zu mir. Und da ist ein Knopf. Gehackt. Jetzt kommen wir anscheinend weiter. Es ist wie gehackt. Echsen sind relaxed. Oh ne. Das sieht auch schon wieder blöd aus. Ach ne. Denk mal einer von uns muss in der Mitte stehen bleiben. Ich glaube ich bin nicht mehr so relaxed. Warte ich. Okay. Okay. Ja. Ich muss dich wahrscheinlich durchluzen. Ja. Aber warte mal. Was müssen wir denn überhaupt aktivieren? Mond. Da. Müssen wir an den Knopf. Und um an den Knopf zu kommen musst du da rüberschweben. Und dann schicken wir erstmal. Machen wir erstmal. Die Wand hier muss weg. Äh. Nein. Der war schon der richtige Knopf vorhin. Der hier? Nein. Stopp. So. Und dann musst du da. Gegen die Wand. Warum da? Ne ich muss doch nur da wo. Obwohl. Ja aber du kommst ja nicht rein. Ah. Dann warte mal. Du musst einmal im Kreis. Warte. Erst die Wand. Ich schau mal welche Wand es ist. Dann die Wand. Hey warte. War schon richtig. Die hier ist richtig. Der ist der erste. Und dann. Das ist der zweite. Warte ich probier durch. Dann der. Ja genau. Einfach im Viereck laufen. Glaube ich oder ja. Ja genau. Okay. Oh warte ich bin ein bisschen zu hoch. Good luck and have fun. Ursaft. Ach ich kann aber du hast immer Pause zwischendrin. Ja. So dann. Geh schon mal auf den nächsten Knopf. Weiter. Nächster. Oh Gott. Maradu. Du machst mir Angst. So. Nächster. Nächster Maradu. Oh Gott. Ne. Noch nicht nächster. Der hier. Den hätte ich nur. Achso wieder zurück. Ich hab gedacht einmal im Kreis. Ne. Der hier ist es auch nicht. Wer ist es? Äh. Maradu. Der hier ist es. Ja dann mach erstmal trotzdem den hier bitte. Oh ich kann ja cheaten. Guck mal. Ich kann einfach hier. Vor der Wand immer warten. Achso. Warte. 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 Das ist jetzt. Der hier oder? Ja genau. Und jetzt dann. Und jetzt wieder zurück. Ah nein 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 nein. Ach du hättest doch cheaten können. Ne ich glaub es geht nicht bei jeder Wand. Ach man diese blöden Wände. Die waren fest gewesen. Du hast mich grad schon. Du hast mich grad schon wieder runter geschmissen. Ok. Ok. Oh dann warte mal da. Ich will jetzt testen. Oh ich geh dann da drauf. Ja. Und danach. Einfach da. Ok. Also doch einfach so. Ok. Bin bereit. So und jetzt bitte da wieder warten. Jetzt musst du auf den Knopf. Oder auf den Knopf. Ne auf den Knopf. Ich muss jetzt. Den da. Da? Da drauf und danach. Da drauf. Ok. Ok. So und jetzt muss ich einfach nur auf einen. Auf dem. Und da musst du aber zur Seite fliegen. Das darfst du nicht vergessen. Da musst du rein. Ok. Ok. Und es aktiviert. Ja. Ach wir können durch. Ja. Knopf. Ok. Hatten. Oh. Sprungplattform. Ja. Oh was ist da? Hä? Ok. Ok. Du bist im Startraum. Oh nein. Da kommst du aber auch wieder hier hoch oder? Ach so. Genau. Ach das ist nur ein Checkpoint. Ja. Ok. Ich dachte ich wäre jetzt. Käme da jetzt nicht mehr raus. Wahrscheinlich kann man mit der nächsten Aufgabe sterben oder so. Ah. Treppe. Und da kann man dann. Und das bringt einem. Hier ist eine Wand offen. Wo man sterben kann theoretisch. wo man ins Wasser fallen könnte. Könnte. Geh mal durch. Warte. Kann man hier einen Laser durchschicken? Was macht das jetzt? Es aktiviert irgendwas. Warte stellen wir uns mal auf beide Knöpfe zusammen. Ah ja ja warte. Das brauchen wir ja gar nicht mehr. Genau. Ah. Ne. Was passiert wenn wir auf beiden Knöpfen stehen eigentlich? Jetzt kannst du da hinten durch theoretisch. Du musst einmal rüber. Also warte mal. Geh mal kurz durch dein Portal. Kannst du da irgendwie ein Portal rübersetzen? Ja. Ich kann da rüber. Aber dann verlieren wir den Laser. Oh. Jetzt ist hier ein Cube. Kannst du die Wand wieder öffnen? Also dass ich den Cube hier durchbringen kann? Welche? Oh. Wollte ich gar nicht. Ne. Ne. Weil du dein Portal weggemacht hast. Ja. Aber wir müssen noch nur den oberen Laser oder? Warte. 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 Jetzt ist es offen ne? Jetzt kannst du durchbringen. Jetzt habe ich den. Aber den brauchen wir drüben. Ja. Aber vielleicht wenn wir hier. Ah nee. Du hast noch so nen Lenklaser-Ding. Hä? Warte ich geh mal. Hä? Ist das irgendwie ein selbstständiger Laser oder warum ist das? Kommt da ein Laserstrahl raus? Oder hat er bei dir keinen Laserstrahl durchgehend? Oh. Hilfe. Warte. 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 Da hinten war. Konnte man aktivieren. Guck mal da. Um die Ecke. Ist jetzt ein bisschen Cheating würde ich sagen. Jetzt kannst du rüber laufen. Und da durch. Da rechts hat sich was geöffnet. Also auf der anderen Seite von der Wand. Guck mal. Ich kann es dir zeigen. Da öffnet sich was. Ja warte. Aber erstmal muss ich dafür rüber. Ja. Du kannst doch einfach durchlaufen. Wo durch? Hier durch? Ja. Da. Einfach hier. Wo ich gerade durchlaser. Kannst du durchlaufen. Aber das hebt auch mein Portal. Ach. Mein Portal brauchen wir ja auch gar nicht. Ja richtig. Jetzt kannst du da rechts durch. Hier? Ja. Und da ist ein Knopf. Und jetzt kann ich einfach. Ach hier. Guck mal. Durchlaufen. Und jetzt brauchen wir noch einen Ball. Ach jetzt brauchen wir die beiden Würfel. Und einen Ball. Woher kriegen wir einen Ball? Ball kriegen wir für Welle und. Welle. Wo ist Welle? Nee. Ball ist Welle. Nee. Ball aktiviert Welle. Oder? Warte mal. Äh. Hä? Fällt da irgendwo ein Ball raus? Ja. Das eine Ding hier oben ist ja noch nicht aktiviert. Ach da ist ein Ball. Und dafür brauchen wir den Laser da. Oh den hatten wir doch aktiviert. Warte das. Warte das brauchen wir. Und. Warte. Ja das und den Laser. Ach da stand aber keiner auf der Platte hier glaube ich. So jetzt müsste der Ball doch. Hallo Ball? Ach wir müssen noch Strich aktivieren. Wo Strich? Ah hier. Die beiden. Ja. Okay. Ja das war jetzt. Oh. Ach nein. Warte der liegt jetzt wieder da hinten. Jetzt müssen wir nur herausfinden welchen Würfel wir gerade verloren haben. Ich weiß welchen. Aber dafür musst du. Kannst du mir wieder das hier aufmachen? Ja. Dann kann ich den nämlich einfach holen. Aber. Okay. Dann haben wir jetzt wieder alle. War ne gute Aktion oder? Ja ja. Dacht bring ich nochmal bisschen Spannung rein. Das war jetzt fast. Ich weiß nicht. Vielleicht lags an dem Heck. Vielleicht hätte man da gar nicht hin dessen dürfen. Das war ja richtig knapp eigentlich um die Ecke. Vielleicht war es nicht gewollt. Oh erstmal wieder. Ach das ist das coolste Einklatschen überhaupt. Gefällt mir. So. Ja gut. Dann würde ich sagen. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal.